um dankbar zu sein, was wir heute haben, um dankbar zu sein, dass wir noch hier sind und wir ein lebendiges, blühendes Judentum haben. Und wenn wir sagen, never again, bedeutet das nicht nur, dass wir das nicht anderen erlauben werden zu machen, sondern dass wir das uns selber nicht erlauben werden zu machen, dass wir hier bleiben werden, dass wir hier unsere Tradition und unsere Kultur und unser Judentum weitermachen und weiterfeiern werden, damit wir von einer schlimmen Situation und schlechten Ergebnissen stärker werden, um eine bessere Zukunft für uns und für das ganze Welt zu haben. Amen. Du bist stumm geschaltet, Dora. Ich schlage Sie nun alle herzlich ein, eine Kerze zu zünden und eine Minute der Erinnerung. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.